Wir müssen akzeptieren, dass die Zahl der Straftaten bei Jugendlichen und Migranten besonders hoch ist. Unser Land wird sich ändern und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Das Volk ist jeder, der in diesem Lande lebt. Die vorgesehene Redezeit widmen wir dem Gedenken an den Wiesbaden, tot aufgefundene Susanna. Da sie mir nicht antworten, ist damit ihre Rede beendet und ich fordere sie auf, das Redepult zu verlassen. Wir werden sie jagen und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sicher. Wer soll in Zukunft für die Renten aufkommen? Ihre eingewanderten Goldstücke etwa, das glauben Sie doch wohl nicht im Ernst. Sie, Frau Merkel, sind zum größten Sicherheitsrisiko in diesem Land geworden. Der eigentliche Skandal ist, dass hier diesen Aufruf zur Gewalt amtlich unterschrieben haben. Familienministerin Barley, die Kollegen Högl, Göring-Eckardt und Kipping, Hofreiter Özdemir Barsch. Sie stehen hinter diesem Aufruf. Ihre Unterschrift ist da drunter. Frau Högl, gucken Sie nicht so. Wollen Sie uns verprügeln? Was wollen Sie denn machen? Sie haben schon lange den demokratischen Korridor verlassen. Schämen Sie sich. Und jetzt sehen Sie, wie Jagd geht. Wir sind beim Jagen. Wir sind beim Jagen. Wir sind beim Jagen. Verkaufs noch mal. Na ja, macht doch nicht. Das ist doch Vielfalt. Kinderschänderei ist Vielfalt in Deutschland. Das ist eine Schande. Und dafür gehen wir auf die Straße. Wer hier Frauen angreift, wer Frauen missbraucht oder gar mordet, ihr habt die höchste Strafe hier zu erwarten. Deutsche müssen stolz sein, dass die Deutschen sind. Jeder Stand, jeder Stand, jeder Stand, wir sind das Volk, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Dieses Land wird von Idioten regiert.